Hi, mein Name ist Sonja. Ich bin 25 Jahre alt und derzeit Studentin in München. Ich habe mal wirklich sehr, sehr viel Sport gemacht. Da war ich 14, 15. Ich bin dann für ein Jahr ins Ausland gegangen, nach Amerika. Als ich dann zurückkam, hatte ich fast 20, 25 Kilo zugenommen. Ich bin diese Kilos auch nie wieder los geworden. Ich möchte jetzt mit Freeletics einfach wieder fitter werden, durchtrainierter sein und dieses Potenzial, dieses sportliche, was ich mal hatte, wieder zum Leben erwecken. Ich möchte jetzt mit Freeletics einfach wieder fitter werden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020